Hallo, schön, dass du mein Video anschaust. In den nächsten 90 Sekunden erfährst du das Wichtigste zu einem Thema rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Heutiges Thema Hypnobirthing bei Beckenendlage. Es kommt immer wieder vor, dass ein Baby sich gegen Ende der Schwangerschaft nicht mit dem Kopf nach unten dreht, also sich nicht in die übliche Geburtsposition begibt. Hierfür kann es verschiedene Gründe geben. Marie Mongen beschreibt dazu in ihrem Buch eine tolle Studie, die man durchgeführt hat. Hieran haben 200 Frauen, die in der 36. Schwangerschaftswoche oder bereits etwas weiter waren, teilgenommen. Alle Babys lagen in Beckenendlage. Die Gruppe wurde nun in zwei Vergleichsgruppen mit jeweils 100 Frauen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat abgewartet, ob sich das Baby von alleine dreht oder es wurde eine äußere Wendung ausprobiert. Die andere Gruppe sollte versuchen, durch Tiefenentspannung und Hypnose mögliche mentale Blockaden zu lösen und so das Baby zur Drehung zu animieren. Die Ergebnisse der beiden Gruppen waren sehr interessant und sehr eindeutig. In der abwartenden Gruppe haben sich 26 Babys spontan gedreht und 20 mit Hilfe einer äußeren Wendung. In der Vergleichsgruppe haben die wehrenden Mamas eine Hypnosetherapie gestartet, um die Beckenendlage mental zu bearbeiten. In den Sitzungen wurden klassische Techniken der Blockadenlösung angewendet, die Mütter wurden durch Bilderlandschaften geführt und die Drehung ihres Babys visualisiert. Man ist davon ausgegangen, dass die Mütter ungefähr zehn Sitzungen benötigen, um ein Ergebnis zu erzielen. Im Schnitt haben die werdenden Mütter aber nur ungefähr vier Sitzungen benötigt. Insgesamt haben sich in dieser Gruppe 81 von 100 Babys gedreht. Hiervon hat die Hälfte sogar nur zwei Sitzungen gebraucht. Hypnose, wie sie im Hypnobirthing auch genutzt wird, ist also eine wunderbare Methode, um Ängste zuverlässig zu lösen und optimale Bedingungen für die Geburt zu schaffen. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Weitere interessante Videos findest du hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie. Bis zum nächsten Mal.